Dann spielen wir jetzt mal ne Runde Among Us. Ja, was hat er denn zu denen gesagt? Sie wollen Gangsterweb bei seinem sauernde Knast gehen. Hallo, paar Kollegen. Dann geht's doch los. Schauen wir mal, wir sind mitten drin schon. Gerade zwei Runden gespielt, ich war eben mit dem Poster. Eine Menge Zwietracht gesät, leider, er ist jetzt den Streamer geschmissen, leider. Ja, ja. Amateurwerk halt. Sorry. Jesus! 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 Jesus, ey, what the fuck, ey. Nennen wir ihn gleich Mohammed, aber, ey, ganz, ey, aber ganz ehrlich. Irgendwo zum Teil auch ein bisschen selbstverdienend, äh, mit seiner Vergangenheit ein bisschen selbstverdienend, weißt du? Wieder da. Vergangenheit ist Vergangenheit, und ich bin nicht jeder, der hat sich das auszutut, was er im Leben gemacht hat. Und daraus hat er einiges gelissen. Ist so, ja? Ja, und das sollte man ihm gut halten, was wir grad nicht machen. Sind alle da? Ja, ne? Nö. Nö, ich bin immer noch Afka. Scheiße. Ich glaub ich ließ sonst. Ey, der, 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 der Mark, der kifft jetzt schon seit, ähm, mit dem erlauben kann fast, und trotzdem braucht er so lange, um einen Joint zu bauen, das ist der Wahnsinn, ey. Ähm. 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 Wir sind ja wieder da, ne? Mercy ist noch nicht da? Willst du mal jemanden live einen Gangster sehen, der Drogen konsumieren? Ah, davon hab ich schon zu viel in meinem Leben gesehen, ey. Ne, 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 aber gib dir den mal, twitch.tv.mercy51 Du blabere, Alter, du blabere So, auf den Drogen Du blabere, Alter, du blabere Forte, du blabere Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Admin Eingang Der Coyote, wer war es? Ja, der Coyote Was? Coyote? Ja, dann ist das Acne, weil er direkt grundlos gegen mich schießt Hast du einen Proof? Er hat einen Testreport, oder? Ja, erklärt euch, komm, jede 20 Sekunden Ja, ich bin gerade oben in der Medbay, jemand stand an den Kameras, hat mich auch gerne Medbay rauskommen sehen Ich bin durch die Cafeteria runter in den Admin-Bereich, er lag direkt im Eingang vom Admin Ja, das klingt auswendig gelernt für dich jetzt Ich frage mich so viel, dass mein Kurzzeit-Gelechungs nicht so hart ist Ja, ein Eck wie du Komm, erklär mal Erklär mal, was hast du zu deinem Ich habe nur durch die Kamera geguckt, Alter Durch die Kamera, okay Ja, tricky tricky Ich habe dich gar nicht im Kameraraum gesehen, ich war gerade da Ich stehe mir noch im Kameraraum, das ist viel viel interessanter Wer hat laut zuerst zuletzt im Admin gesehen? Ich nicht Ich habe so gut wie keinen von euch gesehen Ich habe Schaube kurz am Anfang gesehen Nein, ich weiß, und ich habe auch einen Coyote gesehen, der ist clear Der ist saunen Ja doch, warte mal, einer kam mir bei den Engines glaube ich entgegen Aber ich weiß nicht wer Ja Also von unten nach oben Also von unten nach oben Ich kam von unten Hä? Engines war ja links Aber Engines oder Lower Engines? Ne, ich kam Lower Engines rein und musste ob er auffüllen jetzt Ist mein Task gerade Ich war Storage und habe Kanister geholt und hier, also umgefüllt da, was auch mehr du da machst Und Die Engines habe ich auch gerade beide aufgefüllt schon Also er sagt, dass er auch im Adminbereich noch sein kann, ne? Boah, wo ist er? Coyote, hast du ihn gesehen, Braun? Ne, Braun habe ich nicht gesehen Er hat keinen gesehen auf dem Weg, sonst hätte ich jemanden schon gesusst und gefragt Oh, der Anne, ey, ich brauche auch noch Wo sind meine Ships hin? Where the fuck have my Ships gone? Ich hab keine Ahnung, ey I need my Chills Ja, ist zu früh Zu wenig Anlasspunkte Ja, ich kann halt jetzt null der irgendwas sagen Mir kam halt wie gesagt kaum einer entgegen Bis jetzt Nee Also ich kann den Coyote auf jeden Fall clean Aber eine Frage, wer waren denn, wer waren denn Camps? War jemand in den Camps? War jemand in den Camps? Ich war in den Camps Und ich hab einen Coyote gesehen, wie er reportet hat Der lag vielleicht schon da Also Wenn nicht, müsste er ins zweite Mal dran vorbeigekommen sein Hack me Hack me Hack me, ne? Wie, du schießt mich gegen mich, jetzt bin ich enttäuscht Na, so assig bin Schlaunen Keine Ahnung, ey Ich bin ja nicht wie die letzte Spasti hier spielen, ne? Er항 Einmal Kack 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich wacke halt eben, wo ist das Electric drin und ich habe schon vorher wohl gemerkt, gesehen, dass die beiden zusammen rein sind, der Schoppe und der... Ach, wie war es? Leila und Triel und dann bin ich nochmal rübergegangen, habe nochmal eine Aufgabe gemacht und dann waren sie mir noch zu zweit da und von dem Einmal nur noch ein Schenkel übrig. Ja, ich habe oben eine Aufgabe gemacht, den Elektrohügel, bin runtergegangen, dann habe ich gesehen, wie ECMI reportet hat. Richtig. Das ist auch komisch. Naja, die Sarris, die... Nein, die Sarris, die du... Ist kein Slap-Report war? Und hast du gefunden. Also willst du die komplette Story hören? Wir waren oben in Reaktor. Da bist du mir hinterher und hast nicht direkt die Aufgabe angenommen, sondern hast dich schon schräg angeguckt, wo ich meine auch schon abgebrochen. Du hast noch 100 Sekunden, ECMI, du hast noch 100 Sekunden. Du bist mit der Runde gegangen nach Elektrik, du hättest wegwenden können. Du hast immer dafür entschieden, den Typen dazu zu killen und jetzt habe ich links noch einen Auftrag gemacht bei Lower Engine, bin zurückgegangen und jemand immer noch zu zweit da. Was, was, was? Lower Engine? Da war ich gerade. Was hast du da gemacht, ergeblich? Du hast neben mir gestanden, irgendwo in der Pampa. Ja, ganz links. Du musst den Pfeil ausrichten in die Mitte. Ah, okay. Ich habe den Dings aufgefüllt. Wie gesagt, den hatte ich eben schon, den Task. Also wir waren zu dritt in dem Raum, der Rot hat die Task gemacht mit Elektrik, ich habe auch die Task gemacht und du hast keine Task gemacht. Der andere ist noch bitte rausgelaufen, wenn es nicht zu weit ist, kann er es bestätigen, dass ich da Lower gestanden habe. Also ich glaube, du hast das... Also ECMI war bei mir, das bestätige ich. Aber in der Karte sagtest du doch noch, dass dir jemand entgegengekommen bist und jetzt auf einmal war die zusammen drin. Ich war mit Rot obendrin, wir haben beide gemacht, Rot ist dann runtergelaufen, weil ich noch die zweite Task in Elektrik gemacht habe. Dann bin ich runtergelaufen, habe ich die rote Leiche gesehen und dann habe ich gesehen, wie ECMI dran ist und reportet hat. Das heißt, ich habe da die Task gemacht, Rot hat auch definitiv Task gemacht. Guck mal, allein ECMI ist von oben reingekommen und er kommt von unten, du bist von oben reingekommen. Von wem ist eigentlich dieses Spiel gesponsert? Das ist doch voll das denunziere Stasi-Spiel, ey. Eine Frage, wen habt ihr denn jetzt gebotet? Habt ihr geskippt? Ich habe schwarz gebotet, weil ich nicht vertraue, er hätte mich ans Messer liefern können und er hatte echt Spaß dran. Aber da er kein Imposter ist, hat das nicht gemacht. Also dementsprechend ja. Ey, aber was habt ihr jetzt gebotet? Ich habe schwarz gebotet. Ich habe schwarz gebotet. Ich habe lila gebotet. Ich habe geskippt. Zu dritt im Raum, plötzlich war einer tot. Nein, hör mir den zu, du warst da mit ihm alleine. Okay, Schaube fliegt? Ich hoffe, das nächste Mal nicht lachen, wenn er sagt, du hättest wenden sollen. Aber die Sache ist, er wurde auch nur von Bengalo gedeckt in der nächste Runde. Okay, Schaube fliegt. Ich habe schwarz gebotet. Das hier schon ein bisschen... Ich habe echt nur mit klug, wer... Also Agmi ist ein bisschen verdächtig im Moment. Aber ansonsten, ich habe keine Ahnung, wer hier noch ein Poster sein sollte im Moment. Ich sehe immer um, weil die haben, wie gesagt, kaum einen. Okay, Toter. Na? Ich habe die ganze Zeit noch den Fortgespans. Ich habe gesehen, wie gelb und braun nach oben gegangen sind bei RPA Engine. Ja. Und dann habe ich irgendwas gesehen, obwohl, also, kann auch sein, dass, wenn man dann von diesem RPA Engine Ding war, ich bin hochgelaufen, die ganze Zeit auf die Fortgespans und auf einmal auf die Fortgespans. What? Das kann nur Geld sein. Ja, klar, total. Ich bin jetzt zusammen hochgelaufen, auf einmal auf der Tote. Nee. Wer meint das jetzt? Ich habe meinen Upload, ich habe meinen Upload vorne im Cockpit gemacht und bin jetzt auf dem Weg ins Admin gewesen, meinen Upload zu vollführen, äh, meinen Download vorne im Cockpit gemacht und meinen Upload im Erdmüll zu. Und dann hat er mit Acne gechillt und Acne ist jetzt ausgelöst. Ja, ja. Total. Ich war ja mit, ähm, turkis und, äh, braun bei Security. Und dann sind die Likes ausgegangen. Ich glaube, turkis ist das Lower Engine oder so gegangen. Ich bin hochgegangen. Dann ist hochgegangen. Und dann habe ich, äh, Geld. Ich habe Geld irgendwie von AFA Engine kommen sehen, wo ich bei uns verloren habe. Und ich gesehen auch, dass beide hochgelaufen sind. Der mich halt auch hochgegangen, die ganze Zeit nicht fortgesprämt und auf einmal verloren wird. Okay. Ja. Ich weiß nicht, was kann ich dagegen sagen. Ich kann mich nicht verteidigen. Ich habe meine Tasks gemacht, wie immer. Also, warte. Ich habe niemanden gesehen, weil Sicht auswahl. Ich habe 100% einen Safe. Ich weiß nicht, wer es ist. Einer ist nämlich direkt so schlau gewesen, hat man Kamera gewendet, dunkelgrün. Bis hinten im Navigation-Bereich, Tür in die Kamera eingelaufen. Das wäre natürlich jetzt blöde, ne? Mal gucken, ob es stimmt. Also, dunkelgrün ist auf jeden Fall im Brüste. Ob es gelb ist, keine Ahnung. Bye-bye. Ja, wer weiß. Aber leider bin ich das Mädel. Ja, Leute. Ich wollte gerade mal sagen, Alter. Er hat nur auf die Kameras gesehen geguckt, hättest, ne? Gelb war vor mir hinweg. Purple stand da noch. Ey, sag mal bitte, shoppe. Er ist aus dem Electrical wohl im Wend weg. Ich war das nicht. Ich habe schon gedacht, du wärst das. Und was ist das? Ey, das ist meine Güte. Hey, das ist so. Warte, warte, warte. Mercy, hast du irgendjemanden getötet? Ja, mich. Achso, den hat er... Okay, alles klar. Ey, aber jetzt... Hey, Mercy, sehr gute Wunde. Wer hat den Elektrical getötet? Ja. Ja, das stimmt, hat noch jemanden getötet. Nur ne Kopi. Ja? Wie geil. Alter, der Kopi, das in den Töne ist und neben dem, oder hat ich nicht reportet? Was war das denn für eine Lomme? Oh my God. Ja, ist... Aber nein, nein, es war... Aber es war dunkel. Aber es war dunkel. Ja, ja, aber trotzdem. Das war krass. Das war hart gemacht, Alter. Ich kam da rein und ich dachte, ja, ja, jetzt will er mir einen erzählen, ey. Es war dunkel und ich habe dann gedacht, mache ich den Braun weg, weil der nie am gefährlichsten ist. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, ich gehe über Lorenzen. Und keiner hat es krass nach, ne? Und als der eine gesagt hat, da ist niemand über Lorenzen gegangen, da habe ich gesagt, ja, das bin ich gewesen. Also von daher, alles gut gewesen, ey, aber ey. Keine Ahnung, die Schoppen haben wir alles rumgesucht, waren wir in den Raum gewesen, waren wir nie, Alter. Ja, aber ich bin es gewohnt. Nein, nein, aber ganz ehrlich, ihr wart ja mega mies. Ihr standet da zu drück, ey, die standen zu zweit im Security. Äh, Braun stand vorm... Schön auf der Kreuzung. Ich war mit meinem Herz fertig, weil die so aufeinander geschnackt sind, die Arschlöcher. Ey, und ich habe mir einfach so gedacht, kackt gut, hast du jetzt den Braun weg und vielleicht muss die haben so gut und merkwürdig sein. Gut gemacht, gut gemacht, ey. Sauber. Okay, ja, ich will keine Booster, äh, ja, ich würde halt gerne mal den Kopi, muss ich, wenn ich das nächste Mal gepostet bin, der muss hier nicht weg. Aber das ist halt das Problem. Ah ja. Ist das ein Flakteil, oder? Ne, nur eine. Wie du siehst, ist ein elektrisches Flakteil. Ah, okay, wollte ich schon sagen. Ich bin wieder reingekommen. Ich kann gerade unterstehen. Oh, diesen Kill. Wenn ich meine unten rum oder Dinge zurückgegangen bin, ja. Ich bin nicht, dass ich bei den dran war. Der war alles, der war alles, äh, rechts. Ich. Rechts waren alles. Ich war O2, ja. Ich war O2, ja. Ich war O2, ja. Ich war O2, ja. Ja, ich war O2. Ich war O2. Ich war O2. Ja, ich war O2, ja. Ich war O2. Ich habe keine Ahnung. Wir sind nicht sicher. Es standen so viele Leute rum. Ja, manche O2 war voll. Ich habe auch nicht so gesehen, wobei es hingeht. Ich weiß, was ist es? Warte, ich habe da so ein Verdacht. Warte, ich habe so ein Verdacht. Hm? Ich sollte einfach... Wayne ist AK, aber ich glaube, der war auch rechts. Hä, hört man nicht mit ihm mehr? Doch, doch. Du warst rechts oder links? Ich war rechts. Ich war in der Stack mit dran. Warte, ich wollte es nicht sehen. Ich war rechts. Ich war rechts. Ich habe nicht. ich habe mit blau die ganze zusammen task gemacht da ich bin halt gerade rein weil ich meine task machen wollte ich habe noch gesehen dann bin ich alleine weitergegangen damit auch groß der war mit mir eben gerade im nette ich kann mir gut vorstellen dass ich habe also also ich mache halt gerade drei tasks in elektrik und ich war beim letzten task und dann kommt jemand mit rein gestolpert ich weiß ich habe ein verdecktes ich glaube ich riecht fast danach und ich kann auf jeden fall die ganze runde ich habe zuerst die wires gemacht dafür musste ich erst unten in storage rein da muss ich in richtung der navigation da musste ich ganz rüber zu dem reaktor dann bin ich vom reaktor nach unten gegangen wollte wenn man kasten elektriker machen dann habe ich die leiche gefunden und nein ich kann mich nicht verteidigen weil mich niemand gesehen hat doch ich habe ich wie gesagt oben in elektriker reinkommen sehen dann wenn du in elektriker warst weil ich stand oben und habe meine drei tasks gemacht gerade eben ich war noch dabei beim letzten task ich musste weiß fixen ich musste was war das vorher gute frage warte wenn nun elektrieren was warum hast du dann die leichen reportet weil die vorher nicht da war wo ich reingekommen bin also bist du hinter mir in elektriker reingekommen und hast jemanden umgenietet oder oder du bist rausgegangen hast du vorher umgenietet ja nee ich war ja noch drin ich habe dich jetzt aber nicht gesehen ich stand links in der ecke das kam gerade eben jemand hochgeladscht ich glaube es ist ein self report also keine also könnte sein naja kopi kopi hat ihn ja auch noch verdächtigt und jetzt ist er tot ist oben ist er tot ist er tot ist er tot ist er tot Ich auch Ja man Geld noch vergissend halten Was heißt für die Action reich hier? So was sollte ich machen? Ich könnte mal die Security-Camps gucken Oh Lila hat das mich ganz schön dumm gelaufen Alter, du bist vor zwei Sekunden an mir vorbeigelaufen, hast Geld gekillt und stehst jetzt auf dem Band. Du bist gerade reinsprengen. Ja, Lila, weg mit dir. Ach ey, dieses Spiel ist so hart. Bis später wäre es gelaufen gewesen. Weißt du, was ich meine? In wenigen Sekunden, das kam nicht rein. Du meinst, dann wäre es ein Band gewesen. Ja, klar. Ja, aber ich habe dich trotzdem zwei Sekunden davor langlaufen sehen und mit Geld. Oh Mann, der war jetzt gut. Was soll Glück? Revenga. Aber ich weiß immer noch nicht, wer der andere sein soll. Entweder haben wir ihn schon draußen und es war wirklich Marvin. Ich sollte schon Eis sein, Marvin. Du bist ein Kickbist, kann das sein. Machen wir uns jetzt die Mess. Das ist echt, wie war auf jeden Fall, ja. Nee. Okay, dann ist jetzt wieder ein guter Rad teuer. So, jetzt fixen wir immer noch die Wires und zwischendrin gehen wir noch um Electrical vorbei. Mann, 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 Mann. Boah, der Download-Track. Ah, ist halt dumm. Dann kann er sich auch nicht bewegen, wie bei diesem... Äh, wo man da die Probe schüttelt oder was mir da passiert. Was so eine Minute ungefähr dauert. Also, langsam sterben wir, glaube ich, über die Leute. Das dauert schon viel zu lang. Wenn wir jetzt noch zwei im Poster haben, ist das echt hart. Also, langsam sterben wir, glaube ich, über die Probe schüttelt oder wie bei der 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 Probe schüttelt. Blauer Leicht von Ruhe, wer war da noch bei uns? Jetzt bin ich immer gespannt. Also, ich war von mir von Lars, ich war bei Admin, aber Schwarz, du bist doch die ganze Zeit mit ihm rumgelaufen. Ja, ja, wir haben uns gegenseitig gesaved und plötzlich ist er tot. Also, müsste es, glaube ich, braun sein. Ah, ich habe euch auch da zuletzt gesehen und ich bin oben, scheiße, ich war zuletzt an den Camps, keine andere Seite von. Ich bin schon lange oben weg. Ich war in den Camps, aber als ich oben durchgelaufen bin bei Matt Bay, war keine Camp Leuchte an. Und wo bist du denn gerade? Ich bin gerade auf dem Weg direkt in die Cafeteria, ich wollte ab und rein. Und ich muss dann noch den Upload machen. Und Herr Grün? Ja, ich habe da im Cafeteria, äh, in Admin, habe ich gerade diesen Dings da gemacht. Und dann bin ich von Admin runter über Storage, bei Electrical habe ich dann die Leiche gepflegt, weil ich wollte zu Security Camps, weil ich alle meine Fahrzeuge fertig habe. Und dann wurde die Leiche gebaut. Okay, und die Leiche sind in Electricity? Vorm Reaktor liegt die Leiche, rechts vorm Reaktor. Und da habe ich noch vorher was gemacht bei Electrical. Was, ne, rechts vorm Reaktor, ich weiß nicht, was jetzt genau da ist. Aber ich meine, ich habe nämlich noch braun gesehen, kurz vorher. Also, ich bin oben rüber weg. Also, da wo du reportet hast, war ich schon in der Cafeteria, kurz beatmen. Ah, das braun, was ich gesehen habe, auf jeden Fall, der war es gewesen. Ah, das ist jetzt wirklich braun, oh, also ich könnte es mir jetzt nur vorstellen, dass das braun war. Also, Leute, Schoppe, schreibt mir gerade, er ist unschuldig, also, als Info. Ich glaube, ihm jetzt auch mal, dass er unschuldig ist, wenn es mir schon schreibt, also, mal warten. Ich war jetzt gerade in Navigation auf der rechten Seite. Ich habe nur noch Tasks irgendwie auf der rechten Seite, Weapons umgelegt. Im Moment habe ich so ein bisschen den Coyote hier entverdacht, ja, der ist... Ja, aber ich habe echt keine Ahnung, wer... Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Coyote oder Wayne könnte es sein, wobei der Fliegesus ist gerade ein bisschen... Ich glaube, ich habe das braun wirklich wahr, den ich gesehen habe. Bisschen offensiv, der Fliegesus. Ja, wir waren nämlich zu dritten und danach habe ich die Task gemacht und Blau und ich haben uns die ganze Zeit gesaved, so gegenseitig. Wir sind mich ungelaufen, ich dachte auch der wäre es, aber wir waren jede Task zusammen gemacht. Plötzlich laufe ich wieder raus aus Reaktor und dann ist wieder tot. Okay, wenn ich grünen glauben kann, dann sind es entweder braun oder schwarz, ne, aber ich gebe erstmal... Ja, ich würde auf Coyote tippen. Ich habe nicht gesehen, ich habe nicht gesehen, ich habe nicht gesehen, ich habe niemanden mehr gesehen. Ich habe nicht gesehen, ich habe nicht gesehen, ich habe niemanden mehr gesehen. Nein, mein, schwarz, das stinkt schon ziemlich hart, aber du warst zuletzt... Ah, okay. Also einer von den beiden auf jeden Fall. Das werden einfach zusammen rumlaufen. So, dann machen wir mal unseren letzten Tag noch. Task. Spät ist es. Spät. Spät ist es. Ein Uhr rauscht an. Ja gut. Was wir wissen konnten, ist der Reaktor am Start. Kann ich das als Geist gar nicht machen? Ja, ich bin auch, wie gesagt, sehr neu in dem Geschäft hier. Ich habe mich so viele Runden im Morgas gespielt. Ich kenne nicht alle Funktionen oder Co. Ja, komm, könnt ihr mal entschärfen. Alter. Ah, killt er ihn um. Ah, killt er ihn um. Ich? Ich habe deine Leiche echt nicht gesehen. Ganz ehrlich. Ich habe es null gesehen. Äh, Marvin Kahn. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe meine Task gemacht. Hallo, ich bin eine Maschine. Ich hätte da einfach mehr drauf vertrauen sollen. Ich hatte einen Brauendorfer. Äh. Ich habe Gabe halt auch nicht gesehen, Elektrik oder irgendwie. Ja. Ich dachte so, halt, der will Marvin mich verarschen, dass er mich nicht gesehen hat, oder was? Ich bin ein guter Arbeiter. Ich mache meine Sachen. Was zwar aber viel, viel schlimmer ist, beim ersten Kill hättet ihr nicht sofort gehabt. Alle waren drüben im Osten. Ich mache den Kill, wente raus, will abhauen. Ich denke mir so, Alter, wir sind die Einzigen, die in der Ecke sind. Mir ist nur der Arsch aufkommen. Das war alles so ein Doppel-Move mit mir, ey. Ja, ja, ja. Das ist immer Geld, ey. Das war wirklich der gewünschteste Kiste im Podcast. Ey. Ich habe mich gefreut. Ich habe es echt nicht gecheckt, dass da war ich immer sorry, also. Ey, die Stand ist oben. Ja, ja, passiert, passiert. Wie gesagt, Maschine. Ich mache meine Tasks. Ey, guck mal auf die Uhr. Guck mal auf die Uhr. Ich bin seit heute Morgen um sieben wach. Ich bin da eben auch sowas von. Ich mache einfach so ultra dumm, was ich da gemacht soll. Mir ist so ein versehnes Sex-Eis-Bahn. Ey, nein, ey, 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 ey. Wenn wir fast sind, ey, aber sowas habe ich selbst. Ja, 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 ey. Ich werde weggemacht direkt elektrisch vor der Task von Braun. Und er geht rein, macht eiskalt seine Tasks. Ja, so ist es. Fuck, ja. Ja, ich bin ein guter Arbeiter. Ja, ich mache meinen Job. Ich frage nicht, ich mache. Ey, und dafür wurde ich rausgeworfen. Ja, tut mir leid, Marvin. Das tut mir leid. Tut's dir gar nicht wirklich. Einen schönen Abend noch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das hatten wir dann so laut. Wenn wir das oder noch nicht machen. Und er übt nicht auf, schiebst das nächste Mal bei den Banting. Schiebst, wenn es nur 1 zu 1 ist. Versuch's draufzuschieben. Ich wollte dir sogar noch ein Alibi geben, weil er Vorrunde geskippt hat. Er war schon leicht zu hast. Du hättest so auf den 50-50 rauskommen können, dass er danach auch noch gefastet ist, dass er auch rausgebrochen wird. Nee, 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 ich hab's dir nicht gesehen, also ich konnte nicht einfach das zusammenreißen. Tut mir leid. Ich glaube, wenn ich in einen Bänder reinkommen, dann hätt ich mit Hartnissen gefangen. Ich war so was von Acht und Fuck. Ja, tut mir leid. Einfach leugnen, einfach leugnen. Hast du ja gesehen, du warst schwarz. Schwarz hat mich eigentlich auch schon zu luten gehabt, aber ich konnte es wirklich noch so richtig schön zerstreuen. Das Problem war, dass ich mir echt unsicher war. Und dann hab ich auch gedacht, warum sag ich denn, dass ich unsicher bin? Einfach drauf zu, das ist verdammt. Ja, verdammt. Du bist doch kein guter Stasi-Mitarbeiter, Phil. Das muss doch ein bisschen... Ja, ich bin bezahlt. Also ich krieg insgeheim von den Impostern gleich 5 Euro überwiesen bei Paypal. Ich hab ihn wirklich nicht gesehen, Gabe. Also ich war auch komplett blind. Ich hab nur die Leiche gesehen. Ich hab's reingepoktet. Ich starte dann einfach, bis jemand reinkommt. Aber das wird so konstantisch, oder? Muss. Wenn man Kinder hört, bittet man sie einfach wegzugehen. Außerdem ist es schon so spät, die haben Heierzeitzeit. Ja, ja, Mami macht das Internet aus, wenn die jetzt noch online ist. So, gucken wir mal, was da mit dem hier schön ist. Fix Wiring. Was? Warum zu 8? Na komm, das kann man dann doch auch, dass jemand voll ist, oder so. Wer ist das noch flippt? Alter, gute Hopfen-Kaltschale. Geht's schnell. Ich krieg die Firmen. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Gute... Was, 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 was? Reaktor. Äh, ja, was, brechen wir jetzt eigentlich ab, oder was ist hier los? Nein, wir spinnen jetzt. Okay, dann mach ich mich gut. Speedrun, speedrun. Ich bin jetzt bei Ende. Wenn gevotet wird, muss jemand rausgeworfen werden. Oh. Augen gefunden hier. Ja, wo war das? Storage hochgelaufen. Empfell. Empfell, du weißt, dass ich an die Kameras war, ne? Wen hast du denn, äh, Toyota, hast du gefunden, ne? Na, ich hab Toyota gefunden. Ja, aber, wer dich... Ja, ich glaub, das... Also... Ich hab grad so ein bisschen auf die Kameras halt geguckt und... Nein! Ja, doch, doch, doch! Er war der kleine Meter. Ich war halt an die Kameras und... Ich weiß nicht, ich weiß nicht... Warte, 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 wir sind noch zu sehen. Ich kann viele Leute zu sehen. Also ich kann... Nein, es wird noch mal ein Weg. Mach schnell. So, ist da höchst der raus. Äh, einer war, äh... Ja, einer war elektrik. Äh, äh... Reaktor hat seinen Chef gemacht. Ich war dort auch. Das sind schon mal zwei und zwei waren in den Camps. Farben, wenn hilfreich. Ja, wer war in den Camps? Ich... Elf war in den Camps, okay? Gelb. Lila war auch in den Camps. Also ich war noch mit Türkis in Electric. Haben uns da noch gesehen. Da bin ich hochgelaufen durch Storage hoch und dann hab ich die Leiche gefunden. Ja, aber komischerweise war eben der Gang erst leer und dann standet ihr beide da und du über der Leiche. Ich hab da so'n Verdacht. Dass ich hier reportet hab. Äh, äh... Ich hab da so'n Verdacht. Äh, äh... Ja, ich hab da mal so random gebootet. Mal gucken, was gibt's. Aber jetzt muss man um den Fall in der Luft gehen. Ach so. Nicht der, der... Also... Nee, okay. Ach so, okay. Dann machen wir das. Außer ihr spielt so scheiße, dass ihr die ganzen Klinke macht. Ah... 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 So, ich weiß ja nicht, das war jetzt eben alles bloß, der Spios Shop hat sich sehr komisch verhalten, muss ich sagen. Ähm... Jetzt sind hier wieder alle möglichen Türen zu. Das ist doch einer am Fuck. So, äh... Guck mal, jetzt finden wir ja bestimmt gleich, äh... Ja? Wo? Komm, erst mal nüten. Wo bin ich? Ich überleg gerade, äh... Hier. Wie? 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 Was habt ihr denn eben gerade gemacht, schwarz und grün? Ja, aber ich hatte nur die vier, als ich auf den Scanner stelle, dann bin ich schon wieder weggegangen und kaffee. Schwarz-Grün, was habt ihr denn eben gemacht? Weil das ist noch der Hub zusammen. Ich hab gedownloadet. Und du Fil? Und ich hab da dieses, dieses Raubschiff hin und her geschickt, da ist so hoch, runter. Ja. Diesen Zickzack-Flug. Ah. Das Schwarz-Grün kann ich auf jeden Fall sagen, dass die... Schleppens gerade raus wollten zusammen. Ja, ja, und dann waren wir halt... Dann waren die Türen zu und dann... Ja. Ja. Wir haben auch aufgemacht, dann auch wieder. Also grün, grün kann ich safen, definitiv. Okay. Ja. Grün safe, wer sagt das? Schwarz sagt das. Schwarz. Schwarz und grün. Ja, aber wenn ihr euch gegenseitig deckt, ist das jetzt auch nicht so... Wer sagt, dass du safe bist? Ja, keine Ahnung, ich. Ah, okay. Aber du bist sicher lila, oder was? Also ich war jetzt auf dem Weg zum Upper Engine und hab meine Task gemacht. Das Problem war, ich hab nämlich zu tief gemäßt, der reingegangen ist, der ist mit jemand anderem der Gas fallen gegangen. Ich bin mir nicht sicher, ob der... Ich war ganz am Anfang mit ihm, also wir waren ja zu viert nach links unterwegs, dann ist... Kies runter, ich kurz rein, geguckt, was er da macht, hat gesehen, dass er sich dahingestellt hat und dann bin ich wieder nach rechts raus. Und dann habe ich oben rechts upload gemacht. Und dann hat irgendjemand die Türen zugemacht und dann kamen auch schon von rechts schwarz und grün. Also ich kann mir vorstellen, dass das unser Stasi-Agent ist hier. Wer ist das denn? Ja, gelb. Weil er gesagt hat, den Kameras und mich so beschuldigt hat. Das ist so... Aber wo war? Also ich weiß jetzt, wo die vier dann ungefähr waren. Fahrt, sag das. Also ich kann mir vorstellen, dass es gelb ist. Also wir wissen ja jetzt von jedem... Moment, 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 Moment. Warum bin ich's jetzt auf einmal? Weil du mich am Anfang so hart reportest, das war so eine harte Ablenkung. Das war keine Ablenkung, das war halt... Ich wurde gelb. Ich wurde schwarz. Ich wurde schwarz. Ich wurde gelb. Ich wurde gelb auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Schwarz wurde gelb. Immer ich. Immer ich. Du warst das, ihr Stasi-Team. Gar nicht. Ihr seid doch Motherfucker, ey. Schwarz und grün, wir haben uns doch gesaved. Ihr werdet was sehen, was wir davon haben. Ja, genau. Also wir haben uns gegenseitig gesaved. Die Dauer hat relativ lang gebraucht, also ich glaub nicht das Geld war. Ich hab halt ja Simon Says' Ding gemacht. Das dauert halt ein bisschen. Ach, das ist doch ein Abfuck hier, ey. Was hab ich hier getan? Nur weil ich einmal Zwietracht gesehen habe. Und sie sind jetzt immer misstrauisch, egal was ich sagen. Ich spiel jetzt ruhig. Ich hab halt nichts gemacht in der Runde, keine Ahnung. Oh, krass. Ist ein Zau lang zusammen rumgelaufen, das war echt gut. Ich hab halt am Anfang gesagt Spaß-Runde und dann dachte ich so, okay. Und kill die Leute dann dann mitten im Gang. Ich spiel das einmal so, okay, wir spiel das weiter. Stumm. Ey, es war aber echt an den Kameras. Ich hab hingeguckt, war keiner. Dann guck ich zurück auf den Bildschirm oben rechts. Und da ist Schoppe mit Braun tot. Er stand halt direkt, du standst halt direkt oben drüber. Wenn man Spaß-Runde sagt, ist ja auch scheiße viel im Potsdam, weißt du? Ich war vielleicht immer alle 20 Stunden im Potsdam. Ja, ich war heute, das ist heute das zweite Mal und ich spiel locker schon seit 6-7 Stunden. Ja, und deswegen glückst du uns, ey. Ähm, Kato. Ne, gönne ich den Leuten. Ja, haben sie auf jeden Fall gut gemacht, ey. Ja, mega süß. Äh, ja, aber auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Wir haben einen neuen Kult. Ja, ich hab schon gepostet, aber... Ich poste auch nochmal, vielleicht kommt schon wieder. Ja, mehr posten besser. Äh, ich hab noch ne Minute 20. Ein Gaspemmer. Ja. Echt so. Servus. Ein Ex. Hallo. Hä und- Ist sie so Eleks кто älterzlre estamos an? Aber ja ... Klink schonmal sympathisch. Kann dir ...? äh, kann dir ... Der Code steht bei mir im Namen. Kann dir Anime eine Frage stellen? Was? Ja, ich mir schon mal eine Frage, ob der zwar sympathisch ist. Raus mit dem Vi-Storn. Na gut. Ja, ich... Vielleicht das? Ja, das war irgendwie... Na gut, wir sind zu sehen, alles gut, mein Gott. Sind wir wieder nun? Ach nee, stimmt. Äh, okay. Europa. Ach ja, schon, ja, ich war ja... Okay, jetzt noch mal kurz da, ne? Juh, wer alles da ist, einfach mal längst an die Wand. Oh, Moment mal. Ich bin eher rechts. Ja, die ist immer angekommen. Ja, süß, ey. Wir haben doch noch irgendwann geklärt, die ist vor. So, wir sind ja alle an die Wand stellen, ne? Mr. Wayne? Bist du da, Mr. Wayne? Wayne, it's... Aber warte, dann wenn er nicht lasst, geht's noch zurück. Oh, Gott. Warum hab ich nachts um als Tränen in den Augen, ey? Zum Glück sitze ich hier im Studio und hab gerade nichts zu tun. Ich hab jetzt gegen gekostet. Hä? Ja, der X. Was? Was hast du für den Skin gebleicht? Ich hab irgendwas nüsstlich. Wie das denn? Woher? Erzähl. Hm, Geheimnisse. Wie gesagt, wenn ich meine Studie sitze... Wie gesagt, ich hab halt einiges drin. Ja? Ja? Ich hab einiges drin. Ich hab einiges drin. Ah, alles gekauft oder was? Ah, jein. Ah, ModClient. Nein, 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 nein. Also, mit Worten... Also, was alles was hacken und cheaten und hacken und... Ah! Was auch immer jailbreaking angeht, bin ich echt dagegen. Ich hab mir nur einfach nur das DLC-Effekt runtergeladen. Have a jailbreak your iPhone. Wie gesagt. Jo, Copy, bist du auch wieder da? Ja, ich bin da, hab's gesagt, ja. Sorry. Ja, alle links an die Wand, die da sind. Zum Erschießen. So. Ah, und schon wieder Crew. Ach, ja. So. Ja, gut. Ich bin aber auch echt, ich hab Porno-Imposter. Muss ich halt echt gestehen. Es ist gerade auch nicht mehr so wie wir uns hatten. So, wer ist hier, Coyote? Boah. Boah. was möchtest du dazu denn sagen was ich sowas sage hast du das gesehen in einem raum ja braun war eben hier ist rausgelaufen und als ich mit meinem task fertig war stand du neben mir und ich habe die braune leiche gesehen war noch jemand mit ihr da drin wie gesagt ich habe mein task gemacht ich habe hier dieses komische rädchen drehen spiel wo die drei farben die im button klicken muss ich habe es ein bisschen verpacken ja tschuldigung wie gesagt ich war gerade mein tasker machen bevor ich angefangen habe war braun ganz links von mir und hat ganz links den task wohlgemacht ist dann runtergelaufen und als ich mit meinem task aufgehört habe stand türkis neben mir jetzt im moment ich bin ganz am anfang also ich bin ganz am anfang mit ihm nach unten aber erst dann in die andere also erst dann in richtung elektrik und ich habe bei coms gedownloadet und bin dann in richtung navigation da müssen mich auch nichts gesehen haben ja ja ich weiß mich wieder raus ist okay ich bin es gewohnt wahrscheinlich ja naja also ich kann mittlerweile sauerstofffreie umgebung leben ist kein problem ich bin ich bin der zweite am proktor nein ich bin der roten oder skippen oder wird man auch überhaupt nicht reden äh über meine schöne bunte welt bunt 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 aber wie sieht der wirklich so schön bunt aus das ist ein studio ah das ist prima, hm? nein, ein tonstudio Musik machen und so pasche es ist ja so gut auch du enverstands erst, alter hau ich aber auch erschossen ja, oee, alter ich wuunsch du wuunsch aus du wuunsch ich wuunsch jetzt haHICH DIE TAZE verdeckt richtig richtig nass das ist nur so gut äh, ja, ne, Tonstudio, also Musik machen und so, äh, selber, und so, machen, make it. Na, so richtig, äh, 80er, 90er-Fall. Okay. Ach du Scheiße, ich könnte jetzt mal die Frisse halten, ey. Ah, sorry, hallo. Ach, Jungs. Ja, Ben, jetzt hast du eine kleine Spektrohre, ne? Für? Weil, äh, eben gerade, der dich verdächtigt hat, ist gut, ne? Ja, schön. Das könnte aber auch wieder halt ein geiler Move sein, weil ich gerne im Weltraum lebe. Wo, wo, wo wird, wo wird die Leiche gefunden jetzt? Wo warst du denn, Ben? Ich stand unterhalb von der Cafeteria, am Gerzenleuchter. Am Admin stand er, da hab ich nämlich gesehen, da stand er nämlich rum. Und dann hab ich den Task gemacht. Ha? Jetzt ich reinkommen, stand er schon da drin im Admin. Alles klar, ich glaub, ist Ben, weil die Leiche liegt im Elektrik, äh, beim Eingang. Okay, dann bin ich mir wieder im Sauerstoffzelt draußen. Elektrikus ist, äh, unter Admin oder was? Ja. Ja, ist bei Storridge. Über den großen Raum, und dann... Ich komm aus Storridge raus, in, äh, Admin rein, hab da die Task gemacht, und da stand er da schon. Ähm... So hätte ich jetzt gedacht... Äh... Äh... Ach, ich muss einfach mal viel neu. Hey! Einfach, weil er neu ist. Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Mein Tonstudium müsste ich machen. Ich hab keine Ahnung. Ich hab nur... Ich hab nur... Ich hab nur... Ich hab nur... Ich glaub, dass es Ben vielleicht nicht ist, aber wenn es so nah beieinander ist... Ich... Ich verteidig mich jetzt gar nicht mehr, ich flieg eh raus. Ich hab auch noch mal... Das ist ganz... Großen. Zum Glück. Gas... Äh, ich, äh... Ich, äh, warte mal... Guck, dass der so ne ist... Ja, ich, so... Es haben alle gewonnen, dass jetzt... Ein Kaminer mitgegen vorbeigelaufen ist. Ich glaube es ist schwarz und rot bei Dich... Ich glaube es ist schwarz und rot bei Dich? Ich glaube es ist schwarz und rot bei Dich... Das ist schwarz. Ich glaube es ist schwarz und rot bei Dich... Oh mein Gott. meine frage kommst du aus halle was so aus halle ach so weil ich habe die leiche gefunden unten in storage und vorher habe ich noch unseren neuen x da stehen sehen oben aber der stand da so doof rum ich weiß jetzt nicht ob der so hell ist ich dann nicht weg bewegt ich war download ich war bei atmen diese 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 tabels machen danach und danach bin ich runter bei solch die tabels machen okay ich bin mindestens an zwei leuten gerade eben hier in der kaffee der rieder vorbeigelaufen marvin labert aber niemals ganz ehrlich marvin redet nie wirklich viel das ist muss ich zu seiner verteidigung sagen und an dem neuen vorbeigekommen das ist so verdächtig ja so lange warten ist aber auch verdächtig ich habe keine ahnung was ich weiß es kann echt nicht aber nichts sagt oder was ich nicht sage ich bin an shop und hab nichts auf das stehen sehen ja da wollte ich jetzt verarschen ja du standst da einfach ja dann stehe ich auch da drei tage lang von mir aus so lange ist es da wenn ich auch vergiss es und die nächsten runden naja hey hallo ich bin ich bin ich aus thüringen ich bin aus dem osten ach nein ich komme aus thüringen was machen wir jetzt 20 sekunden schweiß ja komm lass mal jetzt machen wir das mal nicht ey fuck you nein mach's nicht wie musst du es mir jetzt machen ey und dann mach groß das nächste mal ich glaube wir haben verloren ey mach's 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 oh mein gott die sind so los ey könnte sein könnte sein ich weiß nicht gerade habe ich im film ein bisschen im verdacht ach schon könnte sein ja sagen wir jetzt alle und dann war das gg ja und wir beide waren gerade zusammen im cockpit gewesen und haben beide tasks gemacht das heißt wir beide können also der ecke kam mir gerade aus dem o2 entgegen ok wer hat gesagt dass ich jetzt dann kannst du schaubern ja 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 dann ruht ich dir schaubern weil solche sagen der kühlkühl da unten war noch nicht unten und du hättest noch niemanden weg machen für die nase ja aber ich stand ja mit rot zusammen im cockpit und wir haben beide tasks gemacht ja also ich hast du schon die karte gespalten ne hä hä was meinst du guck mir irgendwie spanisch vor was dir da für dinge macht irgendwas ist so sein jetzt äh also mich wundert es halt dass du direkt dass du direkt anfängst von wegen du warst das schon mal nicht warum hast du jetzt den alarm gehauen ich verstehe jetzt auch nicht warum er jetzt gewartet hat also ich war auf jeden fall bedroht im cockpit ich wollte mal ein kopie ja ich will mich auch ja 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 okay jetzt waren drei im hostel in diesem spiel ne zwei da war noch ein dritter impostor nämlich diesem natürlich ich glaube nur alle Leute die dich um leicht anstossen, anstatt der Logik zu reagieren, man. Ich bin so ein Brauerspul-Auge. Und Ben überlebt es sogar noch, obwohl ich neben ihm die killt wurde. Das ist eigentlich dieser Kaiser so lustig aus, ey. Nein, Ben war's nicht. Nein! Wo? Ich konnte nicht Report drücken, ganz ehrlich. Ich report jetzt mal. Also Ben hat wieder nicht reportet, ne? Nein, Ben konnte nicht reporten. Er war im Tast, ich wurde umgelatzt. Er konnte es überhaupt nicht sehen, dass ich umgelatzt bin. Nee, ich hab nichts gemacht. Ich hab mich schon Sorgen gemacht, weil ich hab grad Koyote umgebracht und dann seh ich da auf einmal Ben stehen und dachte mir so, scheiße, jetzt bist du dran. Aber ich war rauslaufen und war safe. Ey, aber warte ich, warte ich, aber ich hab so'n Boot verdächtig, ne? Ja. Ja, ja. Ja. Er hat's dir verdächtig, das stimmt. Ich weiß, dass meine Bruder Schobbe mich gesichert hat. Boah, wie ich es jetzt eigentlich weiß. Aber wir haben ja noch zwei. Warum bin ich denn jetzt weiß? Ich bin wieder gelb. Ich hab einfach nur den einen rausgevortet, einfach nur weil er emergency call gemacht hat. Sehr gut. Der emergency call kam halt richtig, weil ich grade Schobbe umbringen wollte. Aber der andere hat ja auch schon am Platz, der dann noch war. Also wär dann auch eh gelaufen. Ja. War mir so oder super? War fuß okay, war eigentlich sau gut, Mann. Ja, Mann. Wir hatten noch eight. Wir hatten noch emergency call. Herr Bieter, ihr mich... Oh, da hast du mich verdächtig, da hast du schwarz verdächtig, Alter. Ey, 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 aber der Call war gut. Ja, und ganz ehrlich, du hast mich die ganze Zeit verdächtigt und dann sagst du ja... Ja, nur nach dem Emergency Call. Ja, aber ganz ehrlich, wenn die zu fünf sind, noch zwei Impostor drin sind, ne? Ja. So, dann tue ich doch nicht selber als Impostor den Emergency Call Button zu, oder? Ja, nein. Ja, es war die Sache, du hast nicht... Ja, es ist halt direkt gegen mich gegangen, wo ich dachte, warum, warum jetzt? Ja, weil ich wusste... Ja, komm, scheiß drauf, Marco. Aber krass, dass ihr mich alle auf einmal rausgeweht habt. Der Call war wichtig, das hat er schon richtig gemacht. Ja, überhaupt übelst bei Asis, also dass ihr mich rausgeweht habt, einfach mal. Lenkt mich doch, was ein Game. Was heißt hier Kiffern, also bitte? Also vernüchtern bist du, aber wesentlich schlimmer. Was habe ich gehört, du bekommst? Das ging aber schnell. Ja, da liegt direkt rechts von O2. Schabbe! Ich meine, du bist doch gerade von O2 gekommen. Warum hast du ihn nicht gesehen? Uff. Ich bin von oben gekommen. Ja, an O2 vorbei. Liegt die Leiche O2 atmen oder O2 oben? Ich bin von O2 gekommen, ne, ich bin von oben gekommen. Was ist über O2? Ich bin von oben gekommen und in O2 gelaufen. Ja, du bist... Weapons an O2 vorbei und dann bist du Richtung Cockpit gelaufen. Ich war aber nicht in O2 drin. Ich bin Richtung Cockpit gelaufen, wollte da loslegen. Navigation. 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 Warum, er bei Schraube, warum bist du mit Reaktion gelaufen, als Kerl haben? Wer war denn sonst alles noch auf der rechten Seite jetzt gerade? Ich war Star Ridge, ich hab meinen Kanister aufgefüllt. Leute, ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte auch keinen Bock die Tast zu machen, da dachte ich mir nur so, lass die Ante das machen und da kann ich jetzt mal Schabbein mal verteidigen, sag ich jetzt mal so. Also die Leiche war O2 und wer war derjenige, der von O2 war? Ich. Na, ich. X-Moraine, ja, lila bin ich. Also ich war Kaffee, also Pink war Kaffee, 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 Kaffee. Irgendwie meinte noch gerade, dass irgendwer aus der Richtung gekommen ist, wo die Leiche ist. Der Coyote Braun. Ah, was soll ich jetzt so jetzt sagen, ey, das sind wieder sinnliche Diskussionen. Der Coyote Braun hat Navigation drin, ich hab da meine Tast gemacht, ich bin raus, wollte runter Sheets, Shoppe, Koppelungen entgegen und rennt, Navigation rein. Und dann kommt der Call. Das ist schon ziemlich. Das ist schon, das ist das. Das ist ziemlich so. Ja, aber Kaffee. Ja, aber Kaffee. Ja, aber Kaffee. Ja, aber Kaffee. Und jetzt wo alle hinrennen am Anfang. Das ist direkt auf der Kreuzung, ne, weil du weißt, O2 und dann läufst du weiter, da ist der Knick und da geht's dann ja direkt rein in die Coms. Äh, die Frage war, ähm, ob noch mehr Leute auf der rechten Seite sind. Also, ich hab irgendjemand da auch rennt sehen, aber ich bin der Erste, der durchgetest ist. Also, gelb und orange war noch bei Weapons, die waren noch nicht, oder dort, glaub ich. Aber war auch rechte Seite, ne? Ja. Ja, aber war auch rechte Seite, ne? Ja, ja. Ja, aber war auch rechte Seite, ne? Ja, ja. Da dachte ich mir doch so, gut, okay, ich mach's einfach nicht bei der Warnchen, Leute. Purple, wo er zack liegt, die Leiche? Ähm, da O2, also nicht bei dem O2-Teil, sondern weiter links rein, also. Also, auf dem Weg, sozusagen. Ja, ich bin da nicht. Bei diesen, äh, bei diesen, äh, Laubblättern, die man da links reinziehen muss. Ah, okay. Skipp, glaub ich, aber auf jeden Fall. Ja, schwarz und gelb im Auge behalten. Äh, ja, schwarz und gelb im Auge behalten. Ey, aber ich hab's verfessert. Oh, aber was? Dieses ist das, dieses Wort gibt's, ne? Der weiß noch nicht, wenn der Lied ist überall. Arme Schwein. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, so, schau mal mal. Ja, schwarz auf jeden Fall. Schau mal, ist hart verdächtig gerade. Äh, oder Schube, wie der Kollege hier immer sagt, ne? So, dann zwip mir erstmal Kart. Ah, zack. Bam. Das war ein Zwip. Äh, ja, was? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Leute, könnt ihr mal ruhig sein, ey. Das ist... Ganz ehrlich. Ok, da ist der Ex gewesen. Der ist mir halt auch ein bisschen suspekt mit seinen ganzen Skinner schon. Der weiß halt was er tut. Ah, ne ja, wobei. Der Skin ist nicht alles. Na komm. Vorne im Cockpit. Navigation, Leak, Copy. Ach, das ist ok. Wer hast du da irgendwen gesehen? Nope. Ich hab grad eben meinen O2 hier die Blätter rausgereinigt und dann... O2 die Blätter? Ja, also fehlt er hier, du weißt was ich meine, du Vogel. Ich hab die Blätter zum Verbrennen gesammelt und dann hier bin ich ins Cockpit, weil da mein nächster Task war. Dann lag die Leiche. Ich hab's diesmal sogar gerafft. Also, 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 ich kann direkt was sagen. Warte mal, darf ich mal kurz was? Wer war aus der Kamera? Wer war aus der Kamera? Wer war aus der Kamera? Weil es war jemand in Security. Und da hat er mich über Kamera gesehen. Also, ich hab gesehen, dass die Kamera aussehen war. Ja, ja, ja. Reaktor rein? Ja. Ja, die sind dann rot. Ja. Das müsste wahrscheinlich Schobel gewesen sein, weil da war Elektrik drin ist. Elektrik rausgekommen und... Der war, der war Reaktor und wer ist mir auch Reaktor hingegen gelaufen? Das war ich. Naja, dann hast du mich gesehen, also... Naja. Du kommst von unten auf. Die Leiche war ja nicht bei Elektrik. Nein, nein, vorne Navigation. Wer war in Elektrik noch? Ich hab zwei Stunden Elektrik. Schobel war vor uns drin. Die anderen... Also, Schobel wurde zuletzt anscheinend in den Camps, bei den Camps gesehen. So... Rot... Nein, 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 bevor wir ihn gesehen haben. Rot ist ja unten über den Lower Engine gelaufen. Und wer hat nochmal bestätigt, dass er ein Reaktor war in dem Bereich? Irgendjemand hat doch gesagt, dass Schobel bei Reaktor war. Ach so, nee. Ich hab Schobel zuletzt bei Elektrik gesehen. Da war ich... Ja, das waren die eigentlichen, gerade als wir... Aber irgendjemand davor hattest... Ich war in Reaktor drin. Da hast du ihn gesehen. Ich würde nochmal... Also, ich hab... Das komische, das ist jetzt schon wieder schwarz und gelb, ne? Die letzte Person, die ich zusammen mit Kopi gesehen habe, hat sogar gelb. Die letzte Person... Also, ich war bei Navigations und da hat Kopi gedownloadet und dann kam Gelb dazu. Dann bin ich runter in Richtung Elektrik. Ja, aber Digga, das Ding ist, ich war Reaktor und wer hat mich Reaktor gesehen? Also, ich hab ihn gerade... Ja, ja, aber... Das wurde ja spätreportet. Das wurde ja spätreportet. Du warst die letzte Person, die ich gesehen habe. Ja, aber ich war drüben bei Reaktor und hab meine Aufgaben dann gemacht. Ja, dies mit den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 19. Ey, wir sind am Anfang die Reaktor durchgelaufen und dann bin ich in Elektrik gelaufen. Und da habe ich noch braun und... Oh, wir haben es noch gesehen. Ich war das nicht bei mir. Ah ja, stimmt. Braun und rot, gell? Orange, orange. Orange, ja. Ja, braun und orange. Also, wie gesagt, die letzte Person, die ich... Alter, Leute, wir kommen ja nicht mit der Vorbereitung. Ich glaube, du hast... Du hast... Schobbe, du hast Meier's in Elektrik gemacht, oder? Also... Für mich immer noch Sass, für mich extrem Sass Schobbe, von der ersten Runde unter... Ich weiß noch ein bisschen, deswegen... Ach, weil... Was... 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 Eben, weil ich... Ich bin oder was? Ne, weil die... In der letzten war es den ich... Okay. So ist... Jo. So... Dann schauen wir mal... Oh... Oh... Das war mir irgendwie klar, ne? Ich sag jetzt nix... Das ist heute nicht mehr meine Zeit, irgendwie... Na gut... Ich werde auch das verhärbt noch machen... Wo liegt die gleiche? Äh... Navigations... Und die... Wie ich da zuletzt gesehen habe, war Schobbe... Ah... Das war nicht alter... Da bin ich durchgelaufen, das war vor Ewigkeiten, der wurde es da mal gesehen... Ne... Ich... Ich bin gerade... Ich habe extra noch mal in die Navigations reingesehen, habe ich euch... Ja, jetzt verrät er sich... Die Stimme kennig... Ich hab's gemacht und dann bin ich runtergegangen... Jetzt hat er sich verraten, der Schobbe... Also gut... Okay... Ich kenn sie... Hey... Über die Kamera sind die beiden auch noch in Hand in Hand gelaufen... Aha... Ein paar Sekunden... Ah... Und dann haltet euch noch von Geld fern, dann ist das easy... Ja, genau... Ja, ich glaub... Eben... Der Ex ist nämlich der andere... Das war eben am Anfang schon... Dieses gegenseitige Decken... Er kennt ihn nicht... Und... Das... Ich weiß nicht... Ich hab mir schon gedacht, wie sich sowas bei Pandas verhält... Ist kritisch... Und jetzt noch auf Gelb aufpassen... Fakt etwa... Ultimative Antirassisten... Schwarz... Weiß... Und Asiaten... Oh ne... Die machen sich über alles lustig... Merkst du was? Immer auf die Chinesen, ne? Ach... Oh man... Oh man... Oh man... Na gut... Ekmet... Ja, war cool... Na... Alter... Manchmal diese Steuerung... So.... Das war schon... Ne... Ja... Das sind ja wieder alle am Start... Oh... Was ist gelb? Geht gut. Simon, sag mal was. Den. Upsa, sorry. Ja, wir flitzen erst Navigation und dann... Zack, jetzt noch die Engine machen. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Da habe ich noch nichts mehr. Ja, dann... Was ist das Ding? Ja, wir sind voll die Leute tot, ey. Hier noch ein paar in der Orte. Ich habe gerade echt... Also, ich bin die ganze Zeit mit Coyote rumgelaufen. Und... Vorhin standen wir bei Lower Engine. Und X hat irgendeine Aufgabe gemacht, aber der Balken ist nicht hochgegangen. Da kommt die Aufgabe an, ne? Ja. Nicht bei jeder geht der Progress-Balken hoch. Und hier sind ja auch zwei, dreiteilig. Welche Aufgabe hast du gemacht? Nix. Äh, wo war das? Bei Lower Engine grad. Welche Aufgabe hast du gemacht? Äh, das mit den Balken. Den Balken? Reaktor ausrichten. Ja. Reaktor ausrichten. Ja. Ja, gut. Ja. Das ist immer... Übrigens, kleiner Tipp, äh, du kannst die Sabotage auch im Laufen benutzen. Du musst dafür nicht extra stehen bleiben. Fällt das nicht auf. Hat das auch mit dem X, oder? Naja, die Person wird sich schon angesprochen fühlen, ne? übrigens er könnte falls die geist also ich glaube haben überhaupt alle leute ihre tag ist jetzt mit dem ich glaube ich habe noch ein oder zwei ich hoffe die geister haben fertig gemacht was immer ein bisschen blöd wenn die geister nicht machen Das schade wäre cool, wenn man als Geist die Leute auf der Map sehen würde. Ein bisschen lustiger hängen. Dann kommt ja auch die. Der macht das schon halt ganz gut. Hast du ihn erwünscht? Was hast du da gemacht? Warum bist du da gerade gestackt? Digga, kommt der aus dem Wind raus. Ja, aber da kann man sich doch auch rausreden. Gelb noch? Gelb noch? Ja, gelb ist das schon die ganze Zeit. Wayne, hast du deine Task jetzt sendet? Ja, jetzt schon. Ja, dann haben wir die Geister. Aber wenn jetzt wirklich alles von uns die Task fertig haben... Nein, meine Task geht. Du hast keine Task. Doch, ich habe Task. Welche Task musst du machen? Das heißt, irgendwelche Geister machen ihre Task nicht. Wir kicken ihn jetzt raus, dann wissen wir, ob die Geister endlich fertig gemacht haben oder nicht. Ich bin fertig. Also ich habe von Anfang an geklärt. Mal schauen, ob es stimmt. Also wenn es X nicht ist, dann ist es Agni. X dann Worte. Nee, Orange kann es nicht sein. Ich prove Orange so hart. Ja, ja. Ich brauche Orange. Also dann, das ist keine Möglichkeit. Es ist, es ist Gelb. Es ist irgendwie... Schwarz kam ja entgegen, da wusste ich ja, das ist der Erste. Und O.K.F. sagt er, er hat statt am U. Er hat sich gerade irgendwie fit verraten. Das war... Weiß ich... Das war... Das war das Wort Schöne. Ich weiß nicht. Ach, jawoll. Didi! Dann enden wir hier mal für heute, wenn es jemand sieht, danke fürs Zuschauen und bis irgendwann.